Das Wertvollste an unserer Freundschaft ist, dass wir uns immer alles erzählen können und auch aufeinander hören. Und dass der andere auch mal still ist, wenn der andere mal was sagen will. Und dass man halt auch miteinander Spaß haben kann. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe keine Freundin, die wirklich so viel mit mir gemeinsam hat. Ich habe auch keine, die so richtig nah wohnt und es würde mir einfach fehlen, dann am Abend mal einfach rüber zu gehen und auch einfach mit ihr nur zu lernen oder Musik zu hören. Also ich fände es ganz witzig, wenn wir später mal zusammenziehen würden, irgendwie auf einem Bauernhof oder so und dann ganz viele Tiere haben. Es macht sicher Spaß mit so einer Freundin die ganze Zeit einer Wohnung und dann kann man auch die ganze Zeit mit ihr reden und einfach alles mit ihr gemeinsam machen. Untertitelung im Auftrag des ZDF gerade Vielen Dank.